Vom 12. bis zum 14. Oktober findet das 14. Magdeburger Chorfest statt. Die Veranstaltung wird alle zwei Jahre vom Chorkreis Magdeburger Börde e.V. durchgeführt. Die Landeshauptstadt Magdeburg und Lotto Sachsen-Anhalt GmbH sind die Förderer des Chorfestes. Aus der gesamten Region werden 32 Chöre ein abwechslungsreiches Programm bieten. 18 davon kommen aus Magdeburg. Die Veranstaltungsorte sind die Johanniskirche, das Gesellschaftshaus und der Dom zu Magdeburg. Also das diesjährige Chorfest, das 14. in seiner Reihe, wird wieder mal ein wunderbares Abschlusskonzert haben. Dieses Abschlusskonzert ist im Dom mit großer Orgel, doppelkörig, mit über 200 Sängerinnen und Sänger, mit Orchester, mit Solisten. Also ein ganz tolles Konzert wird es werden. Und es wird auch eine Uraufführung geben, ein Stück von Martin Wagner, unserem Chordirektor des Theaters, über die Vogelpredigt des Heiligen Franz von Assisi. Also ein ganz tolles Konzert. Im Dom wird es aber auch am Samstagabend ein A Cappella-Konzert geben, was also ganz sicher viele A Cappella-Freunde begeistern wird. Und ja, wir haben natürlich im Gesellschaftshaus thematische Konzerte, zum Beispiel Konzerte, die sich der Volksmusik widmen, Konzerte, die sich den Seemannsliedern widmen, aber auch Kinderchöre singen dort. Und es wird Soulmusik geben, es werden alle Facetten vertreten sein. Und eröffnet wird dieses Chorfest in der Johanniskirche mit einem Eröffnungskonzert am Freitagabend. Da gibt es die Bandbreite der Chormusik mit den führenden Chören unserer Region. Also ich denke schon, es lohnt sich. Wir erhoffen uns wieder ca. 2000 Gäste und wir werden mit ca. 1000 Sängerinnen und Sänger dort auftreten. Also ein gutes Verhältnis und auch eine gute Atmosphäre. Und ich kann nur allen sagen, geht da hin. Das Magdeburger Chorfest findet in diesem Jahr unter dem Motto Otto singt statt. So sind wir dieses Jahr auf dieses Motto Otto singt gekommen, mit dem wir uns in die gesamte Kampagne der Stadt, sich als Stadt des Kaiser Otto zu präsentieren, uns einfügen möchten. Und seit einigen Jahren sind wir auch dazu übergegangen, die einzelnen Konzerte jeweils mit einem Motto zu versehen, sodass also auch eine bestimmte inhaltliche Richtung erkennbar wird. Und danach werden auch die Programme ausgewählt.